so ein wunder wunderschönen guten tag oder guten abend schon wir haben mich ein bisschen dunkel bisschen dünkler 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 so ich habe heute was das schwein ist da das schwein ist da ein halbes schwein einmal eine tüte hier die backe glaube ich ein paar sachen hier die rücken die rippchen so habe ich gleich was zu tun gleich wird ausgenommen also ausgenommen nicht weiter ausgepackt also völlig ausgebeint und verpackt und weggepackt und ja wustgemachten teil davon schmalz vielleicht mal gucken wir mal da das übrig kommt er bleibt ich würde mich dann später nochmal wenn ich weiter bin bis dann tschau tschau